Ich bin Kyra und ich mache meine Lehre als Fachfreie Kundendialoge chez Schindler. Ich bin oft die erste Anlaufstelle für unsere Kunden und darum bin ich die Visitenkarte unserer Firma. Ich bin Elvisa und ich arbeite bei Schindler als Customer Dialog Specialist. Die Lehre hat mich auf jeden Fall um einiges selbstbewusster gemacht. Das offene Kommunizieren mit meinen Mitmenschen ist mir früher nicht so leicht gefallen wie heute. Durch das Schindler so gross ist, habe ich die Möglichkeit mich mit verschiedenen Menschen auszutauschen und ab und zu mal auf einen Kaffee zu treffen. In meiner Freizeit liesse ich gerne, um die Ruhe zu geniessen und in eine andere Welt einzutauchen. Als Fachfreie Kundendialoge muss man auf jeden Fall ein Flair für die Sprache mitbringen. Man muss begeistert sein an der Kommunikation mit seinen Mitmenschen und natürlich auch ein Herz. Man braucht das Mitgefühl für die Leute, die man tagtäglich am Telefon hat. Als Lernende darf ich Verantwortung übernehmen und bin ein wichtiger Teil des Teams. Ich habe mich für die Schindler entschieden, weil ich eine gute Ausbildung bekomme und bestens für meine prüfliche Zeit vorbereitet bin. Fachfreie Kundendialoge ist für mich das Richtige, da habe ich es als riesige Chance gesehen, mich als Mensch zu entwickeln. Willst du auch weiterkommen? Dann bewirb dich als Fachfrau oder Fachmann Kundendialoge bei Schindler. Bis zum nächsten Mal. Das war das. Bis zum nächsten Mal.